man hat aber schon festen und zum ersten Mal ich habe gar nicht gut mit der ersten als so ist mehr um sieben essen können beschwert macht das braucht man um mit mit fünf essen aber spielzocken war nicht schlechter mehr spielzocken ist wahrscheinlich um gescheitern nehmen wir aber dann gehe ich gleich mal mine und hole mehr essen und kohle und so weiter den rest haut oder weiner was ich dabei nicht brauch ja gut dann sie mitgehe da war schon bis und der Kontrolle für das was ist es und der Grund ist hoffentlich er hat es so um es gibt 6 Schwerte immer noch machen können ja war sichergestellt da ist kommen einfachen Blumen auf sich aber ein Trenz über das hat man die Spiele und Mocken die Tänke mit verdammt ist mit so ist ausgabe das ist ein Blöder So, jetzt muss ich was essen. Okay, dann bin ich mal kurz... ...tualisieren. Ja, passt. Aber wo ist die große Arbeit, oder? So, da geht die. Nein. So, jetzt sind wir nicht... Doch. So, dann gehen wir jetzt runter. Das ist was? Das geht jetzt nicht. Wehgetan. Super. Gehts? Zombies und Skelette und alles andere. Schaffst du's? Ja, muss ich. Schaffst du's? Ich glaube, wer ist da an die? Das wirst du da müssen. Was soll ich für dich beten? Ja, was zum... Skelettest, das ist ein ver-piste. Gewicht da. Na ja, super. Find schon mal gut da. Oh Gott. Da da Zombies und Creeper und... ...und Gesocks. Da oben ich kann ja m' eh dabei net. I d'meid da dabei lage. Ich sehe aber keine, ich sehe ich nicht die Kohle. Ja, braucht mehr. Ich sehe ich aber sonst durch Sand drin nicht. Da sehe ich irgendein Eisen. Ich bau mir da die Kohle auch. Wahrscheinlich fahre ich da dann gleich durch in einen Canyon oder so. Die Kohle ist essentiell für das Minecraft-Industrie-Zeitalter. Das stimmt, ja. Wenigstens von der Kohle gibt es da genug. Nein, ich glaube, so eine schlechte Map ist das überhaupt nicht. Im Gegenteil. Nein, ich nicht. Ich glaube, das ist schon ziemlich interessant. Ja, ich sehe den Namen da. Ich sehe da einen Kripper, was da vorbeigeschlichen ist. Verdammt. Ich will da nicht runter. Ich muss da runter. Ich sehe den Namen da, du Wusel. Da, da ist Eisen. Okay, okay, okay. Wenn es von hinten etwas auffällt, dann bin ich ein Barsch. Das ist eine Vierer. Was ist das vielleicht denn da? Okay, verfolgen tut mir mal nichts. Was machst du denn, wenn ich gerade? Ich habe gerade ein paar Mal gehäckselt. Für das Wohl der Kolonie natürlich. Sehr gut. Huck, huck, huck. Es lebe die Kolonie. Die Kolonie muss überleben. Richtig, ja. Ich bin ein kleines, emsiges Ameischen. Das wäre ja nicht nur so ein Ameisen-Skin auszusuchen. Ameisen-Skin, oh Gott. Vielleicht gibt es auch einen Donnie-Darko-Skin, hä? Boah, ja, der war schon interessanter. Ein Haasenskin. Ein Haasenskin, wow. Ich bin schon wieder auf die Füße, die Ideen, hä? Es gibt verdammt Füßkind, das ist ja... ...a zig ist Skin Paradise. Allein das ist das ganze Webseiten, was es dazu gibt. Tausende. Millionen. Wir sind gerade irgendwie die Fackeln ausgangen. Ja, also jetzt sind sie gerade die Letzte. Aber dafür habe ich... ...ölf Eisen schon. Holz, ah die. Ich muss da gleich was von hinten zum Zischen anfangen. Und... ...wewhere stöhnt und... ...krabbelt und... ...oh Gott, der da... ...ja voll, dein... ...wieder ihn sich voll nervös, hm! das war klar aufgenommen so schauen wir mal ja wie gesagt die brauchfach schon wieder mal gehts da hin ja das ist wieder ein spinn und nichts ja kommst du nicht aufhören die müssen die mit ihr als Gott auf war das ist der der er prichtet in der hochtaxal auch nach dem Ort ab das kann er wieder es ist es ist mit mit den betten abschließen worden der erste stirbte oder die zuschauer kinder richtiger es gibt illegale wird lizenzen vergeben der millionen kassieren schätze Prozent über YouTube es ist mir schon wieder vorvor erfolgen mit dem Video Prozent 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 wieder und nicht sehr oft ein bisschen mehr zurück ist es hilft es nix diese jene ist in der Fenster Prozent nahm und erlaubt wohl einmal Prozent Schatz und zwar nicht mehr aber doch dann vorher der kleine Aufwand oder wohl vorbeikommen und dort die Kürtel-Toff unten das Kassel stütliche Wesen so was er denkt ja verschollt in mein Kraft das so das heißen kohle amal wieder an der fucht trauken kind die brauchen eine ax oder ax er hat sie gemusst es ist ein das mehr 10 das ist 2 2 2 1 1 1 in der Axt jetzt er hat er sagt er kommt so was das ist er hat er kann ich die Wecker keine Sticks nicht ich glaub's da ja wo willst du die Axt hin haben? ein bisschen zu mir in den Kopf da ah danke für's bitteschön wächst die Pulterklemme in bitteschön hast du noch genug Holz oder? ja da wäre ich auch noch da wäre ich auch noch für den ganzen Boden auch noch oder? nein ich brauche die eh also Holz kann die eh ich eh früh erst brauchen also ich hab nur 23 Steinboden? ja Steinboden äh von dem hoge nehme ich noch ein bisschen mehr als jetzt glaube ich ja 4 60er Stack und dann 17er Stack ok ähm na na jetzt da rattert rattert dazu runter her bist du grad runtergefallen oder? ja ok 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 ähm klaus bau ich auch gleich mal her ja 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 ich bin ein Trottel ja ich bin ein Trottel da war ein Zombie da war ein Zombie der eine hat mich auch schon gesehen da nehme die eine Klebe da auszuhören die eine Scheiben nehmen die Klebe da auszuhören ja ja du kannst komplett auslassen mit du hast du kannst mir zufälliger äh nö ich brauch Witz das ist perfekt auskommen mit Schäden jetzt gleich immer den Nege-Axt-Testen diese Krieg da drüben ich mag doch nicht auch ja ich muss mich gleich zu machen na na ne na na was war das jetzt? ja das ist ja der einzige Fail-Video ja Fail-Block ta-da 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 wir machen auch noch Schlechtwerbung darin und ist auch schön haha ja das koste viel blockier ein paar Tausender ja ja paar Tausend Yen ja das ist ja schon wenn es so weiter geht ist es in 15 Jahren mehr wert also ja was wie alles andere hast du noch Holz? zwei Blöcke? nein ich hab gar nichts mehr scheiße ja das ist ja ein wachsender Tischees Zeug da auch nicht dann mach ich da da dabei mit mit Steuern zu hm hm das sieht ja kacke aus äh ich hab zwei zwei Knochen und jetzt hat sechs Knochen mal ja also nur ein Skelett da ist ja eine Skelette komm her da du krüppel echt du naaa jetzt ich hab's weggestoßen jetzt bringen sie mich um ganz langsam komm her da ha ja wieder zwei Knochen uah da steht ein Enderman ja da stehen überall Enderman ich glaub ich hab ihn angeschaut nein ich hab ihn nicht gesehen die verfolgt der Enderman pass zum ja ich weiß uah da ist nur uah ja der steht jetzt so wo halb vom Eingang ha 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 der wartet auf dir er hat ja ich bin für die Kirche für das Ziel er hat er hat er hat sie dort so auf uns und er ist schon witzig aus ich bin es ist das in der Europäischen da habe ich hab damit auch gewisse Probleme aber ne ich bin froh dass sie diese Probleme haben wir haben dort so trägt in der Nähe um uns um oder als von mir um ist jetzt und wenn ich der Scheiße da wir sind also wir sind da ist er da ist er wir sind von der Seite kommt da ist ein Kader dabei ja da muss aber hin zu sein ah verdammt da war er da hinter dir ein bisschen abwechseln ich muss ja mal was ja der Enderman ist tot so das war's bitteschön da hast was Babyfläschchen Mehl das ist von Knochen ja gehen wir schlafen oder ja gehen wir schlafen die ganzen mit die Pänner da draußen nervt die seh ja und jetzt wird am nächsten Tag schauen wir gleich mal dass wir das ist das ein bisschen bewohnbar machen ja voll so guten Morgen liebe Sorgen seit der 8 schon halt einfach bis die Enderman ha 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 gut 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 so ähm da haben wir noch glasherinnen nein jetzt haben wir noch 8 Eisen was ist jetzt wichtig eisenmäßig gesehen ja naja ich brauche eigentlich dabei eh nix also oxt wie schaut es mit einer oxt aus das so gemeinsam da das bis 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 bis